Stell dir vor, du hast Urlaub, liegst mit einem eiskalten Getränk in der Hand am Strand, in einem gemütlichen Liegestuhl und denkst an nichts Böses. Und wenn du dein Handy nicht mit an den Strand genommen hättest, hättest du dir zum einen vielleicht sehr viel erspart oder viel verpasst. Jedenfalls bist du ziemlich überrascht, dass dich gerade dein alter bekannter Cobra anruft und dir eine Geschäftsidee unterbreitet, für die er genau dich haben will. Als Taucher. Nun muss man der Fairness halber sagen, dass deine besten Zeiten als Taucher schon etwas länger her sind. Du warst in den letzten Jahren, was Sport angeht, doch etwas weniger engagiert. Du bist bequem geworden. Dein alter Taucheranzug passt dir auch nicht mehr und überhaupt bist du etwas skeptisch, was Cobra angeht. Es wäre nicht das erste Mal, dass du mit einer seiner Ideen auf die Nase fällst. Und trotzdem ist da irgendwas. Irgendwas, was dich neugierig macht. Also brichst du deinen Urlaub ab, steigst in das nächste Flugzeug und ehe du dich versiehst, stehst du vor diesem Sushi-Restaurant. Kaum angekommen, triffst du dich mit Cobra, der direkt sehen will, wie es um deine Tauchkünste bestellt ist. Und das obwohl du doch eigentlich nur leckeres Sushi essen willst. Und damit herzlich willkommen zu Dave the Diver. Dieses Spiel hat mich so dermaßen in seinen Bann gezogen, dass ich euch daran teilhaben lassen möchte und euch in diesem Video die ersten Tipps und Tricks rund um Dave und seine Aufgaben zeigen möchte. Am Anfang des Spiels lernst du von Cobra die Grundlagen des Tauchens und Fische fangen. Danach bekommst du immer mehr Aufgaben, die du für die unterschiedlichsten Figuren erledigen sollst und daraus entspinnt sich eine Story, in die du wörtlich eintauchen wirst. Aber first things first. Tipp Nummer eins. Achte darauf, dass du anfangs nur zwei Tauchgänge pro Tag unternehmen kannst und sammle deshalb von Anfang an so viel Material, wie du tragen kannst. Fische und andere Unterwasser Lebewesen benötigst du, um sie im Restaurant später zu Sushi verarbeiten zu lassen. Andere Materialien, wie Holz oder Muscheln usw. benötigst du, um damit deine Ausrüstung abzugraden oder sie im späteren Verlauf des Spiels gewinnbringend zu verkaufen. Tipp Nummer zwei. Deine Arbeit beschränkt sich nicht nur auf das Tauchen, nein, du musst auch abends im Sushi-Restaurant helfen, die Gäste zu bedienen und somit Geld verdienen. Anfangs bleibt die Arbeit ganz alleine an dir hängen. Unterstützt wirst du nur von einem sehr exzentrischen Koch namens Bancho. Das Restaurant ist anfangs eine echte Drecksbude und deine Aufgabe ist es, neben dem Bedienen der Gäste die Speisekarte zu erstellen und nach und nach dafür zu sorgen, dass aus einem kleinen unscheinbaren Restaurant der Sushi-Hotspot schlechthin wird. Tipp Nummer drei. Tauche am Anfang nicht gleich zu tief. Erstens kannst du die ganzen Sachen nicht alle mitnehmen, die du dort findest und zweitens wirst du dort unten nicht lange überleben. Du wirst im Laufe der Zeit auf immer stärkere Gegner treffen, denen du mit deiner Anfangsausrüstung gar nicht gewachsen bist. Sollte dir bei einem deiner Tauchgänge die Luft ausgehen oder dich ein Gegner so verletzen, dass du nicht mehr weiter schwimmen oder tauchen kannst, stirbst du zwar nicht und Cobra wird deinen dicken Hintern aus dem Wasser ziehen, allerdings verlierst du dann alle Sachen, die du bis dahin gesammelt hast, bis auf ein einziges Item, das du mit an die Wasseroberfläche nehmen kannst und hier solltest du Weise wählen. Tipp Nummer vier. Achte auf deine Sauerstoffreserven und darauf, wie tief du tauchen kannst. Je tiefer du tauchst, desto mehr Sauerstoffe brauchst du und umso länger kann es dauern, bis du wieder an der Oberfläche bist. Du hast unter Wasser aber auch die Möglichkeit, deinen Sauerstoffvorrat aufzustocken, denn du findest hin und wieder zum einen große Sauerstofffässer oder sogar Fluchtkapseln, die dich direkt an die Wasseroberfläche bringen. Das Herbeirufen einer Fluchtkapsel dauert allerdings einige Sekunden, also solltest du zusehen, dass keine Feinde in deiner Nähe sind, wenn du dich damit in Sicherheit bringen willst. Tipp Nummer fünf. Dein Smartphone ist dein Freund und Helfer und wird nach und nach mit immer mehr Apps ausgestattet, die dir das Leben erleichtern. Sobald du die iDiver-App dein eigen nennst, kannst du hier deine Ausrüstung verbessern. Achte hierbei am besten immer darauf, dass du die Waage hältst. Kein Taucheranzug, mit dem du 500 Meter tief tauchen kannst, hilft dir, wenn du nur für 250 Meter Luft hast. Tipp Nummer sechs. Irgendwann geht dein Tauchtag zu Ende und deine Hilfe wird im Restaurant gebraucht. Da du auch für die Speisekarte zuständig bist, solltest du immer dafür Sorge tragen, dass die Speisenauswahl nicht zu eintönig wird. Variiere die verschiedenen Sorten und sobald du die passende App auf dem Handy hast, schau dir ganz genau an, was deine Gäste gerade mögen und welches Gericht eher nicht so gut ankommt. Um mehr Profit zu machen, hast du außerdem die Möglichkeit, jedes Gericht abzugraden, was allerdings auch mehr Ressourcen verbraucht. Auch hier musst du anfangs die Waage halten. Tipp Nummer sieben. Perfekt einschenken ist es A und O beim Servieren von grünem Tee oder später auch anderen Getränken. Halte die Taste S bis zu genau diesem Punkt gedrückt und lass dann los. Dann hast du immer den perfekten Füllstand und machst mehr Geld. So, und für den Anfang will ich es auch hierbei belassen. Das waren jetzt sieben Tipps, wirklich so für Anfänger, die gar nicht wissen, was es mit dem Spiel auf sich hat. Das soll nur so eine kleine Einleitung sein. Ich werde auf alle anderen Sachen in den nächsten Videos noch eingehen. Auf die einzelnen Apps, die es gibt. Auf die Bar, was man da noch machen kann. Auf das Schiff, was man da machen kann. Natürlich auch auf die Fische, auf Unterwasser, auf die Gegner. Auf alles mögliche. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes zu dem Spiel wissen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und Glocke abonnieren. Und vielleicht sogar Kanalmitglied werden, wenn ihr Lust drauf habt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.